Am 6. Juni, am sogenannten Tag der deutschen Zukunft, wollen Neonazis aus ganz Deutschland nach Neuruppin in Brandenburg anreisen und dort protestieren. Gegen Überfremdung heißt ihr Slogan. Uns ist dagegen fremd die rassistische Hetze, die sich gegen diejenigen richtet, die alles verloren haben, nämlich die Geflüchteten. Deswegen wollen wir am 6. Juni deutlich machen, dass Flüchtlinge willkommen sind. Kommt alle, überlasst den Nazis nicht die Straße.